In diesem Kurzfilm zeige ich Ihnen, wie Sie sich in die Kontoverwaltung unseres Multi-Märkte-Kontos einloggen können. Dazu begeben Sie sich als erstes auf unsere Internetseite und auf unserer Internetseite haben Sie oben eine Menüleiste und den Punkt Kunden. Dort klicken Sie auf Kunden und Aktien und mehr und dann finden Sie hier schon sehr schnell und sehr weit oben den Zugang zu der Kontoverwaltung. Hier geben Sie entweder die Live-Daten ein, also Ihren Benutzernamen und das Passwort vom Live-Konto oder vielleicht haben Sie auch schon bereits ein Paper-Konto erstellt. Dann geben Sie die Daten für das Paper-Konto ein. Sie können also sowohl für das Live-Konto als auch das Paper-Konto die Kontoverwaltung nutzen. Für das Paper-Konto ist die etwas abgespeckter als in dem Live-Konto. Ich gebe jetzt mal hier meine Daten ein und dann werden wir sehen, dass es dann in die Kontoverwaltung geht. Ich habe jetzt eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung eingeschaltet. Haben Sie das nicht, dann kann es sein, dass Sie das per SMS erhalten. Aber während ich mit Ihnen spreche, bestätige ich die Anmeldung und Sie werden gleich sehen, dass das Bild verschwindet und man so in die Kontoverwaltung kommt. Die Kontoverwaltung ist ein sehr zentrales Instrument unseres Multi-Märkte-Kontos. Zum einen haben Sie vielfache Funktionen, die Sie über diese einzelnen Menüleisten erreichen, sei es jetzt Transferleistungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Positionsübertragung, Depotübertragung und vieles mehr. Sie können auch hier einen Handel betätigen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, hier oben über die Einstellungen nochmal Dinge in Ihrem Konto nachzujustieren. Also Sie haben die Möglichkeit, hier Konfigurationen Ihres Kontos nachträglich zu verändern oder auch hinzuzufügen. Aber nur so viel soweit zum Thema, wie logge ich mich in die Kontoverwaltung ein und jetzt melde ich mich auch wieder ab.